Aufnahme! Aufnahme! Hallo und herzlich willkommen zum Advents-Bascial von Let's Blade Now hier am 2. Advent bei T-Welt mit ganz vielen Leuten, die wir alle nicht kennen, doch kennt der Wolder so ein Video und aaaah! So, und ich. Voll die Amoderation. Ja. Müssen wir zugeben, dass sie nicht zu... Ich will in den Credits erwähnt werden. Ja. Uweka spielt mit Jasse Credits. Danke. Okay. Aber bitte noch dann in der Beschreibung einen Link zu meinem YouTube-Profil oder so. Das war's. Dann hast du wieder rumgegeben. Ja, ich hab ein YouTube-Profil. Nein, meine Farbe. Mein Team hat gewonnen. Le Win. Ich bin der Erster. What the hell is going on? Bam. Ich mag den Modus. Hallo, Joel. Nur mein Laser drin ist. Ich bin froh, dass ich noch meine falsche Farbe habe. Glaube. Farb-Duel-Tracken. Farb-Duel-Tracken. Okay, hier. Eure Läden sind blau. Hau. Weiner. Ich bin grün. Nein, jetzt bin ich auch blau. Fuck. Shit. Haha. Ich bin meine Farbe. Egal. Oh, nein. Ich bin auf den Reiner. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt bin ich auch alle grau. Obwohl ich blau war. What the fuck is going on? Ich muss erst mal das Spiel verstehen. Einfach schießen. Haha. Einfach schießen. Einfach falls, was er anregt und nicht seine Farbe hat. Jawoll. Ich bin in neue Farbe. Ich bin so zur Hölle. Viel Spaß rein. Kamera hab ich ganz gelackt. Ne, okay. Ganz gelackt. Und ich treffe den Letzten. Das war, äh, ja, fixig. Wow. Es ist eigentlich scheißegal auf wen man hier schießt, weil man kriegt irgendwie immer Punkte. Ja, ein Punkt für Kill und wenn deine Farbe die Runde gewinnt, kriegst du Punkte. Shit. Track finde ich damit ab. Nein. Ich glaube, ich mache so viele Punkte, weil ich die ganze Zeit die Farbe gewinne. Ich bin so ein Bumper, I hate you. Du bist zu nix zu gebrauchen. Fuck. So, wenn ich jetzt nochmal die Farbe wegstelle, kann ich nicht wieder Punkte machen. Oh, man. Es ist zu voll. Ah, 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 ah. Marius, das meine Farbe. Shit. Ah, mach mir doch mal. Shit. Schon wieder meine Farbe. First one. Nein. Ich mache meinen Scheiß. Nein. Ich bin jetzt gelb. War mir das Sonderwort hättest du nicht erwischt. Jetzt im Z-Catcher wisch ich dich. Ja. Das ist voller Blech. Scheiße. Werben zu ist es so. Ich bin eher so zu viert hier gerade. Und mir lag die Farbe ist aber irgendwie ganz niedrig. Also 10%. Ich schieße und dann kommt irgendwie die Zeit voll für den Arsch. Und dann kommt irgendwie 30 Jahre. Ich bin in der selben Farbe wie du, Flo. Oh, jetzt wird's mal bei mir gelangt. Mal kann ich ja versuchen. Ich bin in der selben Farbe. Ich bin in der selben Farbe. Du kannst dich mit Lade hier nichts sagen. Ja. Nein. Fuck well verloren. Ah, nein. Einfach mal. Oh nein. So Beka, ich helfe dir. So Karis, das machen wir. Fuck, ich bin rot. So nicht. Was denn? Verbindungsprobleme. Bei mir gehen gerade Leute durch den Boden durch. Wir auch. Wir auch. Scheiße. Wir haben Bump. Oh fuck. Wir haben Bumpes Laptop umgebracht. Oh nein. Kino, du brauchst gerade viel Leistung. Ne doch, der Server ist gerade abgeschmiert. Yay. Wie er das immer sagt und er trotzdem noch hier ist. Ich nehme das mal als Anlass, das Advents-Special dann auszuleuten. Wir können ja dann trotzdem noch weiterspielen, aber sonst wird die Datei zu riesen und das Video zu lang für das Advents-Special. Ja, das war jetzt einmal kurzer Einblick ins spontane Community-Zocken. Falls ihr mal Bock habt bei solch einem spontanen Community-Zocken mitzumachen, dann tretet doch einfach der Elpin Community-Konfi bei Skype bei. Den Link packe ich nochmal in die Beschreibung, insofern der noch funktioniert. Ansonsten, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir wünschen euch einen wunderschönen Advent. Wünscht denen einen wunderschönen Advent jetzt. Ja, ja. Wunderschönen Advent. Ich wiederhole das, was Groschen gesagt hat. Advent, Advent. Ein Dingsbums brennt. Ein Wampe brennt. Ein Server brennt. Das einzige, was hier brennen kann und damit auch Geruch absondern ist Groschen. Ja gut, damit hätten wir den Witz jetzt auch im Advents-Special. Ist gut so. Gut. Ähm, ja, Nazi brauchten wir auch, weil Wampe ist ja dabei. Ja. In jedem Video von Wampe muss Nazi vorkommen. Und nicht. Dann hätten wir noch den Standard-Gumwitz. Einmal den Gumwitz, bitte. Keine Kosen. So, und jetzt ich. Penis! So. Und nicht vergessen, Wampe. Du Nigger. Demetra. Genau. Demetra! Geil. So, oh meine Demetra, wir beenden das Video hier jetzt. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.